Hi, ich bin Eva und herzlich willkommen in meinem Abnehm-Tagebuch. Denn das ist das, was dieser Kanal sein wird. Ein Tagebuch für mich, für euch, für jeden, der Lust hat, mich auf dieser Reise des Abnehmens zu begleiten. Ich möchte auf diesem Kanal meinen Fortschritt natürlich festhalten, was ich so am Sport mache, was ich so esse, was für Arzttermine ich habe, alles mögliche. Auch mein ganz normales Leben einfach möchte ich wie in einem Tagebuch festhalten, nur eben nicht schriftlich, sondern auf Video. Und für jeden, der Lust hat, mich dabei zu begleiten, der kann mich gerne abonnieren, also diesen Kanal, und dabei sein, wie ich hoffentlich eine Menge Gewicht verliere. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dann! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nein, das war falsch. Das Licht ist kurz zurück. Hi. 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 Ich darf nicht die ganze Zeit auf diesen Bildschirm gucken. Das sieht bestimmt nicht dumm aus, wenn ich da die ganze Zeit in den Guck und nicht in die Kamera. Genau. Das wird's sein. Ich weiß nicht, was ich noch sonst tippe. Oh mein Gott. Ach. Vielen Dank.